Daniel Däuser mit dem, der uns begeisterte bei seinem Umlauf, mit der Killer Queen, die uns begeisterte, nämlich hier auch in den Jahren zuvor schon hier in der Aachener Sars, im letzten Jahr. Da bleibt er so ein bisschen hängen in dieser Wendung, trotzdem, da hat er aufgrund der engen Wendung, aber dennoch vielleicht gar sogar so ein bisschen Zeit rausgeholt. Immer wieder das schnelle Anschieben, das schnelle nach vorn und jetzt sehen wir es, grün, im neunhundertstel liegt der Entführung vor Olivier Philippat und mit feinster Hand und brillantem Reiten, nicht nur im Umlauf, sondern ebenso auch hier im großen Finale. Die Killer Queen lässt es sich, nein, lässt es nicht sein, nicht hier zu brillieren, auch hier im zweiten Umlauf. Fantastisch. Fantastisch, ganz, ganz beeindruckend und ich hatte es doch gesehen.